Willkommen zurück zu einem weiteren let's play farcraft farcraft far cry primeval primal meine güte far cry primal was erzähl ich denn hier für ein quatsch ich würde gerne mit euch heute diesen schneeblut wolf jagen und aus diesem grund laufen wir da mal hin und ich könnte aber auch noch im übrigen diesen wurf splitter habe ich mir im ubisoft club geholt und diese beiden sachen oder hier diese sachen die würde ich auch gerne noch mit euch irgendwann mal bauen ich glaube das machen wir das jetzt schon ach komm was soll es wir machen das jetzt ich gehe mal runter von mir und dann nehmen wir uns mal die sachen mit die wir brauchen ich weiß dass wir zweimal das brauchen und ich glaube ich war das 20 hiervon kann das sein das habe ich jetzt wie gerade gar nicht mehr so auf dem schirm handwerk ok jaja genau 20 waren es also dann bauen wir uns den sperr dann hat er einen höheren schaden eine höhere haltbarkeit und ein höheres geschick dann ist das fertig und auch einen sperrgürtel verbessere ich und dann machen wir den noch mal besser perfekt sondern haben wir da jetzt schon mal einiges besser gemacht leoparden feld hatte ich nicht auch leoparden leoparden feld wo ist moment ach vier stück brauche ich naja alles klar sowas brauchen wir seltenes jaguar feld dachs feld moment wieso kann ich denn das noch nicht ach so ja genau da brauche ich ja noch vogans hütte stufe 2 für hier brauchen wir seltene nordseeder und seltenes südarhorn na gut und das brauchen wir in jedem fall auch aber das kommt dann irgendwann später noch dazu und was haben wir hier zwei fertigkeits punkte dann nehmen wir das auch mal mit diese diese fähigkeiten hier die werden wir jetzt auch nach und nach noch mal uns aneignen so wir laufen mal da runter und dann schauen wir mal ob wir warte mal ach jetzt habe ich hier eine feuerbombe geworfen das wollte ich eigentlich gar nicht ja das tut mir jetzt leid armer rothund ja die sachen lassen wir da einfach mal links liegen kurz wir möchten heute tatsächlich den diesen weiß wolf zähmen und dafür geht es hier runter beziehungsweise hier hoch ne ist klar ich sag ja wer diese wege eingezeichnet hat bleib doch hier egal moment das ist falsch wir müssen dort lang ja siehst du was ich meine das ist doch blöd gemacht muss ich mal so einen riesen umweg gehen mit meinem tier nur damit der nur damit ich hier nicht abmountain muss naja gut so soll das eben sein ja da sind jetzt gleich schon zehn minuten vergangen bevor ich überhaupt bei diesem komischen tier da bin naja gut dann wollen wir mal gucken was es hier so gibt oh der ist hinüber Wolfsrudel ja machen wir wir tötenrudel aber mit der keule war kein bestien kill habe ich getötet war kein bestien kill habe ich getötet so bestie heilen Wolfsrudel und Wolfsrudel und Wolfsrudel und Wolfsrudel glaube ich werde ich dann zu Genüge haben aber mal schauen ne kommt man hier hoch ach ein Traum und dann wollen wir mal schauen wo die denn sich versteckt haben vor allem wg 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 so ein kleiner blöder hund wirft mich um so kommen weiter geht's nicht viel zeit verlieren und weiter geht's wolfspuren gehen nach süden so so ach egal wir müssen ja die leitwölfe töten damit wäre das rudel ja auch vernichtet dann suchen wir uns hier mal die wölfe so was haben wir hier das sind doch tapir die brauche ich ja auch also die lehren heute aber die sammeln wir vielleicht später mal ein zuerst wollen wir gucken dass wir hier in der zeit bleiben und die bösen wölfe erledigen so hier ist ein weiterer hinweis ok hier dürfte doch jetzt mal langsam so ein kollege sein oder ja ist er wohl denn hier steht eine falle diese falle die kann ich bestücken und wenn dann der kollege kommt dann läuft er in die falle und alles ist gut boah ich wollte nicht im wasser kämpfen so hier vorne geht's aber wir seht anhand der blutspuren dass hier irgendwo die bestie sein müsste so was haben wir denn hier oben jetzt noch ein hinweis ok dann brauchen wir diese fallen hier jetzt auch erstmal gar nicht bestücken doch da so das ist dann schon mal einer der drei wölfe seltenes weiß wolf fell das ist cool und dann suchen wir uns mal die anderen freunde wildschwein wildschweinhaut habe ich also genug wir laufen aber weiter zu unserer missions markierung hier vorne den staub nehmen wir mit ja ich könnte auch eigentlich reiten wäre bestimmt eleganter muss ich nicht so lange laufen und mit ihm geht das ja auch deutlich fixer als würde ich selbstständig die grüße schreit er immer so hier losbinden ja eine neue bevölkerung jetzt habe ich meine coile wieder kaputt gehauen so da läuft er lang so auch immer diese suche immer diese suche wölfe kommen lege fallen oder suche nach dem leitwolf falle hergestellt moment hm der läuft da hinten lang tja wie komme ich denn jetzt an den kollegen da oben dran der könnte ja mal runter springen zu mir das wäre super so gut mein freund da treffen wir uns ich habe eine falle gelegt jage den schneeblut weiß wolf oh ich müsste mich mal heilen so blödes arsch gut jetzt bräuchten wir nur noch den letzten und dann können wir uns beruhigt schlafen legen so nutze die hinweise ja ja das ist nicht gut wenn der so weit runter springt ihr seht ja die lebensleiste des tieres unten in der mitte verschwindet zusehends wenn ich hier so waghalsige sprünge durchführe gut aber offenbar scheint das hier schon mal richtig zu sein gut wo ist er so einfach mal nach oben da müssten wir den ja da schon irgendwo mal sehen den tiger oder den den wolf okay aber wo ach so klar ich muss ja noch den pinweis suchen meine güte letzter wolf war hier gut so nicht viel zeit verlieren weiter geht's die zeit läuft wir wollen heute gerne noch den wolf zähmen so komm mal her mein freund heilen wir dich da komm ist mal was und dann können wir da können wir los also zumindest beim nächsten hinweis da geht's weiter hier geht's weiter hier geht's weiter da hat er sich satt gegessen da hat er sich satt gegessen mit der ich weiß es nicht 100 meter groß ist oder so hier geht's noch ja während ein wolf da jetzt ein bisschen arbeitet kann ich hier schon mal den ein oder anderen wolf häuten und dann suche ich hier auch nochmal die umgebung ab denn müsste er hier auch jage den letzten so da ist der hinweis den ich brauche und dann geht's weiter hier vorne so komm bleib mal hier auch wohl waren wir ja schon da der ist ja jetzt gar nicht so schwach ne ja halt ihn doch mal fest dann muss der nicht immer wegrennen wo ist er denn jetzt hin ja gleich war es das mit dir mein freund blöder schneeblut wolf so dann zähmen wir diesen und alles ist gut yay trophäe erhalten guter hund perfekt ja das war die schneeblut jagd für heute das ist ja schön dass wir da doch noch ein bisschen weiter gekommen sind jetzt haben wir unten hier unseren schneeblut drin und die haben aber auch alle so unterschiedliche fähigkeiten noch dieser beispielsweise kann mir äh mein gelände weiter enthöhnen ja warum nicht so hier die sammelfähigkeiten die wollten wir auch noch erhöhen und wie viel brauchen wir hier für drei ja diese leuchtfeuer die müssen wir auch noch mal einnehmen und ich glaube dann sind wir hier schon relativ gut aufgestellt und dann wollen wir mal schauen was können wir denn sonst noch cooles machen also es ist ja schon mal extrem cool ja die leuchtfeuer die müssen wir in jedem fall einnehmen dass wir die haben und dann kümmern wir uns auch noch um die anderen sachen ja das war's für heute schreibt mal ob ihr noch bock habt weitere folgen zu sehen wir haben ja noch ganz ganz viele andere missionen die wir machen können ganz viele sachen die wir noch nicht entdeckt haben mit den fragezeichen einige leuchtfeuer müssen wir noch machen wir müssen noch unsere fähigkeiten weiter ausbauen unser dorf muss noch weiter ausgebaut werden ja also wenn ihr bock habt schreibt da einfach mal ob ihr lust habt weiter mit dabei zu sein macht's gut bis dahin tschüss